Eines Tages hielt ein Zeitmanagement-Experte einen Vortrag vor einer Gruppe Studenten, die Wirtschaft studierten. Er wollte ihnen eine wichtige Lehre vermitteln, mithilfe einer Vorstellung, die sie nicht vergessen sollten. Also begann er seine Demonstration mit den Worten, okay, Zeit für ein Rätsel, und nahm einen leeren 5-Liter-Wasserkrug mit einer sehr großen Öffnung. Er stellte ihn auf den Tisch vor sich. Dann legte er ca. zwölf faustgroße Steine vorsichtig einzeln hinein. Als er den Wasserkrug mit den Steinen bis oben hin gefüllt hatte und kein Platz mehr für einen weiteren Stein war, fragte er in die Runde, ob der Krug denn jetzt voll sei. Die Studenten sagten, ja. Der Experte lachte. Dann griff er unter den Tisch und holte einen Eimer mit Kieselsteinen hervor. Einige davon kippte er in den Wasserkrug und schüttelte diesen, sodass sich die Kieselsteine in die Lücken zwischen den großen Steinen setzten. Er blickte amüsiert in die Runde und fragte die Gruppe erneut, Ist der Krug nun voll? Die Studenten waren kluge Studenten und sie begannen zu ahnen. Wahrscheinlich nicht. Gut, antwortete der Experte, griff wieder unter den Tisch und brachte einen Eimer voller Sand hervor. Er schüttelte den Sand in den Krug und wiederum suchte sich der Sand seinen Weg in die Lücken zwischen den großen Steinen und den Kieselsteinen. Er fragte wieder die Studenten, ob der Krug jetzt voll sei. Nein, schallte es im Hörsaal. Gut, sagte der Experte. Also nahm er einen zweiten, mit Wasser gefüllten Krug und goss das Wasser langsam in den ersten Krug bis zum Rand. Nun schaute er die Studierenden an und fragte sie, Was ist der Sinn meiner Vorstellung? Ein Angeber hob seine Hand und sagte überheblich, Es bedeutet, dass egal wie voll dein Terminkalender ist, wenn du es wirklich versuchst, kannst du noch einen Termin dazwischen schieben. Nein, antwortete der Dozent, das ist nicht der Punkt. Liebe angehende Manager, die Moral meiner Vorstellung ist die, Wenn du nicht zuerst mit den großen Steinen den Krug füllst, kannst du sie später nicht mehr hineinsetzen. Wenn ihr euer Leben ausrichtet, fragt euch, was sind die größten Steine darin? Eure Kinder, eure Träume, würdige Anlässe, Dinge zu tun, die ihr liebt, Zeit für euch selbst, eure Gesundheit, eure Ehepartner, was euch am Herzen liegt. Denkt also immer daran, die großen Steine zuerst in euer Leben zu bringen, Sonst bekommt ihr sie nicht alle unter. Alles andere wird sich drumherum arrangieren. Winterliche Grüße aus Berlin. Willkommen in einer leichten, entspannten Folge meines Podcasts Burn-up von der Leichtigkeit des Seins über die 6 plus 1 besten Entspannungsgeräte, um dir schnelle Entspannung von außen und ohne Anstrengung zuzuführen. Anmerkung. Ich habe in den letzten drei Folgen über Depressionen und Medikamente ja schon deutlich gemacht, dass Stress, der ja vor allem auch in uns entsteht oder nicht den richtigen Weg nach außen findet, eben nicht nur durch äußere Umstände entsteht und genau deshalb auch niemals nur durch Dinge im Außen, wie zum Beispiel Psychopharmaka, vollständig aufgelöst werden kann. Dasselbe gilt auch für jede andere Art von Anwendung. Es gibt vieles, was uns helfen kann, im Alltag besser abzuschalten oder schneller abzuschalten oder die Folgen unseres Stresses ein bisschen auszubremsen. Und vielleicht kann man hier sogar eine Art Faustregel ableiten, nämlich je mehr du für die Entspannung tun musst, umso nachhaltiger ist sie in der Regel auch. Eine Psychotherapie oder ein Coaching mögen also viel Zeit und vor allem auch inneren Arbeitsaufwand erfordern, führen dich aber im Idealfall lebenslang aus dem Burnout und geben dir sozusagen einen ganzen Werkzeugkasten an die Hand, den du immer wieder nutzen kannst, egal was der nächste Lebenssturm auch mit sich bringen mag. Der Nachteil einer Psychotherapie oder eines Coachings ist natürlich, dass es ein bisschen länger dauert, bis die gewünschte Entspannung eintritt. Eine Massage oder ein warmes Bad zum Beispiel wirken eher für den Moment, können jedoch nicht dafür sorgen, dass du auch zukünftig vor Stress besser geschützt bleibst oder ihn effektiver verdauen oder kanalisieren kannst. Bei einem Burnout oder einer Depression ist all das, was ich dir in der heutigen Folge mitgebracht habe, für diese Momenterleichterung gedacht. Das heißt, du bekommst heute von mir sechs Tools, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um besser im Moment abzuschalten, um Stresssymptome kurzfristig loszuwerden oder auszubremsen. Sie ersetzen jedoch keinesfalls die Arbeit an der Wurzel deines Burnouts, welche du schon seit Staffel 1 Folge 4 kennst. Dennoch war dieses Jahr ungewöhnlich anstrengend, selbst für diejenigen, die nicht von Burnout betroffen sind. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, meine aktuellen sechs Favoriten, die für eine schnelle Entspannung von außen sorgen und wo man sich nicht so sehr anstrengen muss, um diese Entspannung zu erreichen, mit dir zu teilen. Also legen wir los mit meiner persönlichen Top 6 plus 1 der Burnout Coaching Berlin Entspannungstools. Tool Nummer 1 Die Therapie oder Gravity-Decke Diese Decken helfen durch ihr Gewicht, das in etwa 10% deines eigenen Körpergewichts sein sollte, dabei sich im Liegen besser und tiefer zu entspannen. Von Burnout betroffene Menschen erleben so oft einen deutlich erholsameren Schlaf. Wenn du googelst, wirst du feststellen, dass sie sehr vielseitig und auch schon recht lange im therapeutischen Bereich eingesetzt werden und dass die Modelle entsprechend unterschiedlich sind und die Auswahl auch ziemlich groß. Da ich keine Werbung für eine bestimmte Firma machen möchte und jeder auch für sich selber ein bisschen entscheiden muss, welche Variante die beste für ihn selber ist, packe ich dir den Google-Link in den Beschreibungstext und dort bekommst du auf jeden Fall schon mal einen guten ersten Eindruck, wie solche Decken aussehen, wie sie gehandhabt werden und dass hier auch die Preise stark variieren und theoretisch für jedes Portemonnaie was dabei ist. Das zweite heißgeliebte Burnout-Coaching-Berlin-Werkzeug gegen Stresssymptome, vor allem im Rücken, wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie alles mal knacksen müsste oder dass irgendwas zieht oder nicht richtig sitzt oder so, ist die Faszienrolle. Die Theorie sieht so aus. Im Bindegewebe unseres Körpers befinden sich die sogenannten Faszien. Bei einseitigen Bewegungsabläufen, aber auch bei psychischem Stress sowie bei Verletzungen kann es zu einer Schädigung der Faszien kommen oder zu einem Verkleben. Das ist das, was die meisten haben im Rücken. Was eben sehr schmerzhaft sein kann und dadurch die Lebensqualität einschränkt und das Stressempfinden im schlimmsten Fall auch erhöhen kann. Die Massage mit einer Faszienrolle kann ein gutes Mittel sein, um akute Schmerzen etwas zu lindern, die muskulären Probleme aufzuheben sowie die Sehnen- und Bänderprobleme und diverse Verspannungen in diesen Bereichen zu bekämpfen. Ständig angespannte, verspannte Muskeln signalisieren deinem Geist, deinem Unterbewusstsein übrigens auch ständige Gefahr und die Notwendigkeit, nicht abzuschalten, sondern immer wachsam zu bleiben. Das weißt du schon aus der ersten Staffel meines Podcasts, das ist ein Mechanismus, den die Natur so eingerichtet hat, damit du dich vor Angriffen schützen kannst. Ich nutze die Faszienrolle gerne in Coachings, um diesen Alarmkreislauf zwischen Körper und Unterbewusstsein zu unterbrechen. Wenn du dich dazu entscheidest, so eine Faszienrolle zu dir nach Hause zu holen, benutze sie bitte nur, wenn bereits klar ist, dass deine Rückenschmerzen keine andere schwerwiegendere Ursache als eine Fehlbelastung durch Stress haben. Und vergiss bitte nie, dass Verspannungen, die durch Stress und Fehlbelastung entstehen, nur dann vollständig aufgelöst werden können, wenn der Stress oder die Fehlbelastung selbst vollständig aufgelöst werden. Dennoch, bis das passiert, ist die Faszienrolle eine gute Alltagsunterstützung gegen diesen Verspannungsschmerz und gegen dieses Gefühl, dass der ganze Rücken irgendwie eingerostet sei. Tipp Nummer 3 Das TENS-Gerät Das TENS-Gerät erinnert so ein bisschen an Geräte zur EKG-Messung, die man manchmal mit nach Hause bekommt. Mit ein paar dünnen Drähten, da sind Klebchen dran, die klebt man auf bestimmte Nerven- oder Muskelpunkte, manche nennen die auch Triggerpunkte, und in diesen Klebchen befinden sich kleine Elektroden. Das TENS-Gerät stimuliert die Nerven und Muskeln so, dass der Körper Endorphine ausschüttet, du weißt schon, die Glückshormone, welche nicht nur den Schmerz zu überdecken helfen, auf natürliche Weise, sondern ganz nebenbei auch den Stoffwechsel anregen und für eine verbesserte Durchblutung in der Muskulatur sorgen, wodurch gleichzeitig auch ein Heilungsprozess bei Schäden am Bewegungsapparat in Gang gesetzt werden kann. TENS-Geräte kommen mit verschiedenen Modi, welche meist über eine App oder bei den älteren Geräten noch am Gerät selber gewählt werden können. Neben unterschiedlichen, teilweise echt intensiven Massage-Modi kannst du auch Entspannungs-Modi wählen. In den Coachings bei Burnout Coaching Berlin empfehle ich dieses Gerät sehr gerne, wenn Nacken und Schultern steinhart sind, da dies, ayurvedisch betrachtet, die Angstmuskulatur ist, die da so steinhart ist und die bei vielen Menschen, die von Burnout betroffen sind, eben schon seit Jahren wie eingefroren ist und daher eben auch diese ständige Stress- und Panikrückmeldung an das Unterbewusstsein weitergeben. Erstaunlich bei diesen TENS-Geräten ist die Wirksamkeit, also man fühlt sich danach tatsächlich durchgeknetet, je nachdem, wie stark der Modus ist, den man wählt, oder eben auch entspannt. Und das, obwohl man erst mal gar nicht so viel merkt, wenn das Gerät angeschaltet ist. Aber wie gesagt, im Nachhinein macht sich dieses angenehme, entspannte Gefühl und eben auch die Lockerheit bemerkbar. Gerade der Entspannungsmodus ist täglich in der Morgenroutine oder abends im Bett vorm Einschlafen, am besten beides, für je 10 Minuten sehr zu empfehlen und kann auch langfristig wahre Wunder wirken. Hier ist es wie bei den anderen beiden Vorschlägen, die ich eben genannt habe, auch, ich möchte für nichts Werbung machen. Deswegen findest du im Beschreibungstext dieser Episode einen Google-Link, wo du direkt alles, was es über TENS-Geräte am Markt gibt, auf einen Blick überschauen kannst. 4. Das Basenbad Macht die Haut wunderbar weich, beruhigt, erdet, hilft beim Muskelsehnen und Gelenkbeschwerden und ist in jeder Drogerie im Badezusetzeregal für um die 7 Euro erhältlich. Ja, wunderbare Sache, habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Abduschen vorm Aus der Banne steigen nicht vergessen. Link genau im Beschreibungstext zu dieser Episode. Fünftens Das super duper Zaubertool, wenn es um schnelles Abschalten geht, ist die ayurvedische Massage mit abschließendem Stirnölguss oder alternativ, falls du wirklich keine Massagepraxis, die Ayurveda anbietet, in der Nähe hast, die Thai-Massage mit Hotstones. Gehe in einen Massagesalon, der ayurvedische Massagen anbietet. Buche eine Massage zur Vata-Reduktion, das ist das Luft-Element, was meistens für Unruhe und Panik und diese ganzen Sachen verantwortlich ist, mit anschließendem Stirnölguss. Eine solche Massage kann übrigens tatsächlich, wenn sie mindestens einmal die Woche stattfindet und von einer erfahrenen Ayurveda-Therapeutin durchgeführt wird, auch nachhaltig und im Gegensatz zu den meisten anderen Tipps heute, nicht nur für den Moment zur Stressreduktion beitragen. Über die nachhaltige Stressreduktion bei Thai-Massagen kann ich nicht so viel sagen, dass regelmäßige Thai-Massage-Behandlungen in wirklich wirklich guten Studios eine hervorragende Möglichkeit zum totalen Abschalten sind, hingegen schon. Auf der Suche nach einem guten Massagesalon, egal ob jetzt Ayurveda oder Thai, hilft dir Google und vor allem die Google-Rezension für Salons in deiner Nähe. Sechstens die Akupressur-Matte oder auch die Shakti-Matte Nummer sechs ist das gewöhnungsbedürftigste Tool von allen. Die Matte ist super, sie hilft bei Rückenschmerzen, bei Migräne und Schlafstörungen, bei psychischen Beschwerden wie Stress, Depressionen oder Ängsten und sie regt die Durchblutung an, um auch Müdigkeit und das Erschöpfungsgefühl bei Burnout zu bekämpfen. Die Akupressur oder Shakti-Matte hat ihren Ursprung in Indien und ist von Hunderten kleinen Spitzen überzogen, die sich im ersten Moment anfühlen wie die Hölle, wenn man sich da drauf legt. Einige Firmen bieten deshalb übrigens verschiedene Matten für Einsteiger oder eben Profis an. Gott sei Dank muss man sich aber auch gar nicht unbedingt sofort komplett darauf legen. Für den Anfang kann es schon reichen, wenn du dich mit deinen Füßen da drauf stellst oder den unteren Teil über die Kissen Rolle legst, sodass du nur Schultern und Nacken piekst, sozusagen. Dieses Pieksen hört nach einer Weile, wenn man da drauf liegt oder da drauf steht oder die Rolle im Genick hat auf. Also je länger du da drauf liegst, umso weniger pieksig wird es, sozusagen. Weil der Körper sich halt drauf einstellt und vermutlich auch entsprechende Botenstoffe ausschüttet, die eben diese Wahrnehmung drosseln. Spätestens beim Runtergehen von der Matte setzt bei mir und auch bei den meisten Kunden, die diese Matte benutzen, jedes Mal ein Gefühl der Entspannung und Leichtigkeit im ganzen Schein. Bei denjenigen, die diese Matte schon länger benutzen, für die sich dieses Pieksen nicht mehr ganz so gewöhnungsbedürftig anfühlt, ist es zum Teil sogar so, dass sie direkt auf dieser Matte einfach wegpennen. Wie gesagt, du wirst dich reinfuchsen und langsam rantasten müssen. Es gibt jedoch kein Werkzeug, was mir das Nerven- und Muskelsystem so sehr stimuliert, die Verknotungen und Steifheit loszulassen wie dieses. Link Beschreibungstext Weißt du Bescheid. Bevor ich nun mit einem Augenzwinkern zum Plus Eins Tipp und dem Ende dieser Folge komme, liegt noch das Mantra der Woche vor uns. Heimkommen hinlegen Abschalten Und hier kommt also nun meine Plus Eins Empfehlung zum nachhaltigen Entspannen für dich und zum Verschenken an liebe Menschen in deinem Umfeld, für die dieses Jahr vielleicht wirklich kräftezehrend und stressig gewesen ist. Plus eins Mein Buch Mal lachend, mal weinend, immer mit einem kleinen Augenzwinkern wird mein Buch ein Seelentröster, ein Begleiter sein, auf einer Reise, an deren Ende das Aufatmen, das Loslassen und das Endlich Weitergehen Stehen. Es enthält zehn Kapitel aus meinem Podcast über die wichtigsten Fragen zum Umgang mit dem Thema Burnout sowie über deine Gefühlswelt und deren Neuordnung im Burnout Prozess. Auch darin zu finden sind vier leicht umsetzbare Übungen, um ebenfalls deine Regeneration und Heilung zu fördern, deine eigene Energie zu erfahren und um deine innere Stabilität zu schaffen, zu stärken und zu erhalten. Das Besondere an meinem kleinen aber feinen Werk ist, dass du mein Buch einfach lesen kannst wie ein Roman. Nach jedem Kapitel gibt es aber ebenfalls die Möglichkeit für dich, deine innere Welt tiefer zu ergründen, indem du die für dich wichtigen Erkenntnisse und Ideen dort direkt festhalten und sortieren kannst. Auch den Link zur Bestellung meines Buches findest du natürlich im Beschreibungstext zu dieser Episode. Außerdem, wie schon letztes Jahr zu Weihnachten, verlose ich ein Exemplar unter meinen Hörern. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist mir eine E-Mail zu schicken an www.kontakt-at-burnout-coaching-berlin.de und mir zu verraten, über welches Thema du dir noch meine Podcast-Folge wünschen würdest. Ein Sendeschluss ist der 1. 12. Der Gewinner wird natürlich per E-Mail benachrichtigt und hier im Podcast bekannt gegeben. Den Link, um mir deinen Podcast-Wunsch zukommen zu lassen und dich am Gewinnspiel zu beteiligen, findest du natürlich im Beschreibungstext zu dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte helfen mit all meinen Empfehlungen heute. Ich wünsche dir viel Freude beim regelmäßig Durchatmen in der Vorweihnachtszeit 2020. Bestell dir und deinen Lieben jetzt mein Buch über den Link in der Beschreibung und schalte gerne über nächste Woche wieder ein, wenn die letzte Folge der aktuellen Staffel erscheint. Bleib gesund, wir hören uns. Deine Susi bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020